Mädels, ich teste jetzt meinen Freund. Ihr kennt es manchmal, wenn man nach einem langen Tag einfach nur ein bisschen gekrault wird, ein bisschen Zärtlichkeit und ich gucke jetzt mal, ob das klappt. Oh, heute war so ein anstrengender Tag. Ich freue mich jetzt einfach nur auf Entspannung. Wow. Wow.